Einen wunderschönen guten Tag ihr lieben und herzlich willkommen zurück zu Circus 7 Stars, heute mit den Muscle Call Legenden Und wir haben erstmal Ready Cross und wir werden später noch Buffalo Hill haben, was glaube ich so eine Strecke war, die mir auch schwer mit zu denken gegeben hat oder wie auch immer wir das formulieren wollen Egal, vielleicht nicht mehr ganz frisch im Kopf, wobei wir haben erst 1.12 Uhr nachts, das ist für mich noch eine relativ entspannte Zeit Wir fahren hier nicht Motocross, sondern Rallye Cross Oh mein Gott, und die Autos sind beim Exit auf jeden Fall sehr, sehr oversteery Okay, oh mein Gott, Alter, diese Alter Okay, die lenken gar nicht oder die haben Übersteuern Oh, okay, 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 oh mein, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Warum macht man mit diesen Autos Rallye Cross? Ich weiß es nicht Leute, ist da einer aus der Box gerade gefahren oder was? Egal Kurvenfahrt mit dem Nach kurzem Eingewöhnen recht angenehm Auf Asphalt sehr gut Neben der Strecke Furchtbar Ja Zwölfter Platz Das ist Ernüchternd Nun Mein Gott Auf der nächsten Rallye Cross Strecke, weil es gibt noch eine, da werden wir auch so hart Aufs Fressbrett kriegen Egal, hier machen sie viele Fehler Wir versuchen davon zu profitieren Und ansonsten Wallriding ist dein Freund Und selbst hier schon, weil da fahren die Oh mein Gott, da wurde ich hochgeschleudert Weil da machen die halt auch Innen immer Schmuh Und dann kannst du mit Wallriding immer schön vorbei Ey, ich bin hier mit so P5 oder P6 so sehr, sehr zufrieden, ehrlich gesagt Nein Nein Ha, Victor Oh Mann ey Ich habe aber das Gefühl Dass ich auf Offroad noch gar nichts gerissen kriege gegen die Mit der Karre zumindest gar nichts Digi, ich bin vier Sekunden langsamer als der Führende Und das, obwohl ich gerade höchst illegitime Mittel genutzt habe Egal Illegitime Mittel funktionieren nach wie vor Oh, nein No Oh mein Gott, das Spiel Oh, aber in der ersten Runde war es noch okay Wild Bitte Der P7 ist auch okay, aber Ich möchte hier trotzdem alles geben gerade Oh, oh Ey, Bro Die haben so einen Grip mit den Karren, ne Das ist phänomenal Ich komme nicht mal halb so gut Um die Kurve wie die Wie kommen die da so krass rum Die haben so einen Turn-In Aber die haben auch nicht So einen Drift-Moment Die haben so viel Gewicht auf den Vorderreifen Ohne dass die Hinterreifen zu leicht werden Und das Auto lose wird Ich verstehe es nicht Das ist doch crazy Das war meine bisher, glaube ich, schnellste Runde Ich bin jetzt mal komplett regulär gefahren Oh, das ist eine 40-3 Cool Drei Sekunden Rückstand Ah, zu Abdul Kalils Zeit Oh, okay Das wird eine Meisterschaft Die wird richtig reinhauen Die wird richtig fetzen jetzt Ei, ei, ei Bullseye Speedway Gott sei Dank Leute, wir können hier Definitiv vorbeikommen Weil viel Topspeed-Passagen Nice Ja, das ist definitiv eine Strecke Die wird so sagt Gute Strecke Oh, oh Drei Sekunden Ey, ich war nicht mal gewollt Okay, wenn ich das nächste Mal An die Wand komme Auf jeden Fall liften Hat es mir denn einen Vorteil gebracht? Großartig Ich meine, gut Ich habe nicht geliftet Aber Im Endeffekt bin ich auch nicht weiter Also so deutlich zurückgefallen Tatsächlich, ne Also es hat mir Vielleicht tatsächlich Einen Riesenvorteil gerade erbracht Obwohl ich das gar nicht gedacht hätte Jetzt Oder die KI ist halt sehr slow Hier gerade Oh, Song Bitte bleibt vor Abdul Nein, Abdul Kalil holt sich P2 Es ist aber auch schade Dass die KIs so imbalanced sind Ich meine, das Spiel versucht ja schon so ein bisschen zu balancen Darüber, dass du quasi Reverse Grid hast Aber wenn die KI-Piloten Die ganz hinten starten Auch immer ganz nach vorne kommen Da macht es doch keinen Unterschied Ich meine, klar Ich meine, klar Es macht irgendwo schon einen Unterschied Weil sie sich erst durchs Feld kämpfen müssen Und dabei Zeit verlieren Aber Im Ergebnis macht es zum Zweifel Keinen großen Unterschied So wie jetzt hier Warum starten alle so komisch schief Stehend Okay Auf geht's P10 Hier bitte gewinnen Weil das nächste Rennen ist wieder Offroad Aber hier haben wir sehr viele Kurven Alter, was ein Chaos Oh, no Da geht die Strecke weiter Das ist das Problem Wenn man die Strecke nicht kennt Perfekt Weiter pushen, weiter pushen, weiter pushen Ey Ich habe gerade einen leichten Stoß bekommen von Hong The Song Alter Alter Ich habe gerade einen leichten Stoß bekommen von Hong Ey Ey, Song geht mir gerade richtig auf den Senkel, ey Oh mein Gott, Abdul hat es komplett versiebt Bro, wie schnell sind die denn hier wieder bitte Seit ich angefangen habe, mich nicht mehr an die Leute ranzulehnen Bin ich einfach slow Wie hast du da so einen Speed drauf, Nadja? Ich würde es halt gerne verstehen, ne? Ich würde es halt gerne verstehen, wie die da plötzlich so einen Speed drauf hat Alter Falter Okay, das wird eine Meisterschaft Boah, die ist super eng Song und Abdul gleich mit den Punkten gezogen Sabrina mit 5 Punkten Rückstand, ich mit 6 Punkten Rückstand Heiliges Kanonenrohr Oh nein, Buffalo Hill Oh nein, bitte nicht Ist nicht diese eine ganz schlimme, die wir mit den Monster Trucks hatten, aber Es ist überhaupt erst Offroad und das reicht bei diesem Auto, um ein absolutes K.O. Kriterium als Strecke zu sein Oh Gott Oh, Leute Oh, die holen mich auf die Wände, ich bin so schlecht Ah, Gott im Himmel, ey Oh, oh Oh, das ist okay Abdul und Song sind die zwei größten Rivalen Gegen die müssen wir definitiv in irgendeiner Art und Weise vorgehen Alter, ey Es lenkt nicht, das Auto Es lenkt 0 ein Es lenkt wirklich In diesen Offroad-Regionen 0 Was ist mit der Karre los? Ich fahre gerade im kompletten Road-Rage-Modus Also wirklich noch viel, viel mehr als in allen anderen Folgen Aber auch einfach, weil wir Ey, guckt's euch an Es lenkt einfach nicht Das Auto Bro, wie kann Abdul da so eine Linie fahren? Ja, Song gewinnt das eh Na, der mit der Penalty Vielleicht übersehe ich irgendwas Vielleicht muss ich da wirklich richtig krass bremsen Oder keine Ahnung was Aber Ey, ich hab das Gefühl Das Auto untersteuert maximal Offroad Es ist besser als auf der ersten Strecke Vielleicht hab ich dazugelernt Aber Ja, Song Hat eigentlich den Titel jetzt schon geholt Also die Meisterschaft gehört, glaub ich, schon ihm P2, P3, P4 Könnten wir doch holen Von, ich glaub, jetzt aktuell P5 aus Wenn wir jetzt auf P8 starten Sondern wir, glaub ich, dann auf P5, oder? Bedeutet das 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 Da sind wir, ja Ja, vier Autos hinter uns Wir sind auf P5 aktuell Let's go Hart Reingehen Und alles wegpflanzen Was sich mir in den Weg stellt Wegpflanzen, auch gutes Wort Oh mein Gott, Song Song hat mich da rausgeschoben Ey, das Auto ist zu schnell Es ist zu schlecht Handelbar Es ist Es ist einfach nur komplett wild Es ist für mich Ich sag jetzt nicht, dass es schlecht ist Das Auto Oder das Spiel Es ist jetzt keine Kritik ab dem Spiel Es ist mir zu schnell Zu krass Und so weiter und so fort Also das ist wirklich grad so ein Auto Wenn du Keine Ahnung Die Streckenkenntnis nicht wirklich hast Und so Und ich meine Ich fahre jetzt diesen Cup zum Beispiel Zum ersten Mal Wenn du wenige Kenntnisse hast Und so weiter und so fort Dann ist das gerade einfach komplett überfordernd Weil so ein Prototyp ist wenigstens halbwegs vernünftig noch Zu handeln Weißt du, der hat da halt einen krassen Speed Aber Ne Och Gott Ein Handling, was der Speed angemessen ist Ich wollte eigentlich Ich habe jede überholen Aber hier bist du halt wirklich bei einem Auto Das hat einen krassen Speed Aber kein Handling, das In irgendeiner Form Kontrolle über diese Speed gibt Das ist krass Also das ist definitiv etwas, was Gerade ein bisschen zu hoch für mich ist Das spezifiziere ich jetzt gerade Weil ich das Gefühl habe, dass Manche Leute Das einfach nicht reilen Dass wenn du sowas sagst Wie ey, das Auto ist zu krass Oder sonst was Oder das Auto Ist zu heftig Oder whatever Dass du dann nicht per se sagst Das Spiel ist schuld Sondern Dass du sagst Hey, das ist alles gerade einfach ein bisschen zu heftig für mich So Wie beim Klavierspielen Du lernst halt auch nicht sofort Die Tonleitern Du lernst nicht irgendwie die Tonleiter hier Beginnt ab Fiss Sondern du lernst halt erstmal die C-Dur Und A-Moll-Tonleitern Bevor du dich irgendwie einer höheren Aufgabe widmest Aber ich glaube manchmal Rallen Leute das nicht Und denken sich Och, der Dave, der kritisiert das Spiel wieder Versteh mal an die eigene Nase Deswegen auch bei der Way Der Kommentar Also nicht deswegen Wegen dem, was ich gerade gesagt habe Sondern Wegen diesem Championship Verlauf Deswegen auch der Kommentar Den ich in dem letzten Video hatte Mit den 60er Jahren Formula 1 Autos Das ist zu früh Ist die Schwierigkeit hochzustellen Weil ich weiß, dass ich in einigen Sachen Noch echt schlecht sein werde Und Ian Beckert Bekehrt Lässt meine 35-0 sehr schlecht aussehen Auch wenn ich Bisschen besser war Mit meiner Bestzeit Als manch andere Und am Ende sind wir auf P5 Es ist okay Ich hätte vielleicht noch Abdul Khalil bekommen können Der am Ende komplett abgesackt ist Krass Genau wie ich Aber Insgesamt P5 Ich sag mal so Gemessen daran wie es lief Bin ich echt happy P4 hätte es eventuell noch sein können Wenn ich besser Performt hätte Im letzten Rennen zum Beispiel Hätte ich ein viel besseres Ergebnis holen können Aber Ich sehe aktuell keine Chance Dass ich Mit dem Wissen Und mit dem Können Was ich jetzt habe Über diese Autos Beziehungsweise mit diesen Autos Dass ich da P1 holen kann In dieser Meisterschaft Da müsste ich auf jeden Fall Eine Schwierigkeitsgrad runter Aber das ist ja okay Man lernt ja mit dem Game Dazu Die Frage ist halt Wie tief möchtest du In dieses Spiel reinsteigen Und im Zweifel würde ich sagen Masse Kalligenen Reicht mir auch Gold auf Semi-Pro Da muss ich nicht unbedingt Auf Pro-Gold holen Aber wir werden es mal sehen Mal gucken Vielleicht habt ihr auch gute Tipps Ansonsten Vielen, vielen Dank Für das Einschalten Ich hoffe die Folge war für euch Sehr, sehr lustig Wenn es ist Lasst gerne Abon da oben haben Gerne Abo raus Und beim nächsten Video dabei sein Bis zum nächsten Tschaui 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 Bis zum nächsten Mal.